Ich bin die Doris, bin 19 Jahre alt, bin Miss Tirol und komme aus Wattens. In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Dennis und gehe Kino und da sehr gerne reisen und schaue, dass ich sehr viel Zeit mit meiner Familie auch verbringe und mit Freunden. Warum möchtest du Miss Austria werden? Ja, weil ich eine stolze Österreicherin in meinem Land vertreten würde. Die Ena ist ein sehr großes Vorbild von mir und ich würde mich freuen, in ihren Fußstapfen zu treten zu dürfen. Sie ist nämlich eine starke Persönlichkeit, finde ich, und ja, das wäre schon ein Traum. Was kannst denn du, was die anderen nicht können? Ich kann sehr gut auch nicht spielen. Und ich glaube jetzt nicht, dass einer dabei ist, der mich schlagen kann, hoffe ich halt einmal. Vor zwei Jahren habe ich noch für einen Verein gespielt und bei Meisterschaften, habe es aber gelassen, weil es zu stressig war mit der Schule nebenbei. Ja, daher habe ich jetzt studieren, habe ich mir gedacht, ja, dann schaue ich, dass ich wieder anfange. Und ja, mal schauen, vielleicht bin ich wieder einmal bei einer Meisterschaft dabei. Bis zum nächsten Mal. ', bye! Ja! Juventus aus bei mir! kuvste sich auf die nächste Farاتhe aus bei viel Wissen. Nie Pirier weiter. Le 것은 die Nein, keine Ahnung! Die Zeit nach. ���